Kulpa, sicherlich bitter jetzt. Ja klar, wir haben das Spiel verloren, sind jetzt abgestiegen. Natürlich ist es bitter. Ja, also wir sind alle erstmal total platt, 120 Minuten bei dem Wetter, das steckt man nicht so leicht weg. Ja, und dann kommt natürlich noch so eine geistige Leere dazu. Ja, wenn man 90 Minuten das 0-0 hält, nicht gut spielt, aber noch leidenschaftlich verteidigt und dann durch so einen Elfer das 1-0 kriegt und dann ausgekontert wird und deswegen absteigt, das ist extrem bitter. Einfach nur leer jetzt, also ein anderes Wort fällt mir nicht ein dazu. Meiner Ansicht nach oder in den Augen vieler sah die Niederlage beziehungsweise der Sieg von Kirlach nicht unverdient aus. Wie siehst du es? Ja, das sehe ich auch so. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, da haben wir beide Mannschaften sich ein bisschen abgetastet und dann in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, haben wir es irgendwie schlecht zugestellt bekommen. Wir haben riesen Räume gelassen, haben nach vorne keine Entlastung mehr gehabt, weil wir riesen Wege gehen mussten auch, sodass wir einfach nach vorne nicht mehr die Luft hatten. Dann haben wir uns in die Verlängerung gerettet, dann hatte ich das Gefühl, dass wir wieder so ein bisschen, dass der Gegner auch platt war. Ja, aber wie gesagt, dann frisst du so eine unglückliche Elfer, ich weiß nicht, ob es einer war, ja und den Rest habt ihr ja gesehen, aber natürlich, natürlich, Kirlach war heute insgesamt die bessere Mannschaft, muss man sagen. Elfer hast du nicht gesehen? Ich habe das Zustandekommen natürlich gesehen, aber ob es einer war oder nicht, ich habe ja keine Wiederholung oder sonst irgendwas. Aus meiner Sicht springt er aus drei Metern an die Hand, ja, natürlich hat er die Hand hier oben, aber, ja, ich meine, aus meiner Sicht war es eine natürliche Bewegung, aber das kann man natürlich auch, kann man natürlich auch drüber streiten. Wie geht es jetzt für eure Mannschaft weiter, was kannst du da schon sagen und wie geht es für dich weiter? Ja, also, ja, ich werde beim TSV bleiben, also, und die meisten, so wie es aussieht, auch. Also, wir werden eigentlich den Kern zusammenhalten, ein paar werden natürlich gehen, ein paar werden kommen, werden jetzt, ja, Neuanfang sozusagen in der Landessliga machen, aber zum Glück nicht so einen Umbruch haben, wie die letzten Jahre, sodass wir versuchen werden, einfach Stück für Stück uns weiter zu verbessern und mal gucken, was dann nächstes Jahr in der Landessliga bei rauskommt, ja. Wiederaufstieg, direkter Wiederaufstieg angepeilt, ist das etwas, was ihr euch als Ziel setzen werdet? Als Absteiger ist es natürlich so, dass man gerne aufsteigen möchte, ja, aber man muss natürlich auch sehen, was man für Möglichkeiten hat, was für Gegner einem sich in den Weg stellen, ja, und ich meine, es gibt mit Mutschelbach eine Bombentruppe da in der Liga und noch ein paar andere, von daher wird das auch sehr, sehr schwierig. Deswegen jetzt von jetzt direkt nach dem Spiel von Wiederaufstieg zu sprechen, wäre wahrscheinlich ein bisschen früh, ja. Gulba, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, danke. Und ja, schönen Sommer euch allen. Bis dahin. Nein, STEIGER